Ich freue mich, dass ihr hier seid, da wo die wirkliche Musik spielt, habe ich vorher zu jemandem gesagt. Nein, ich freue mich auch, ich habe mich extra hier für die Moderation eingetragen, weil ich das Thema sehr spannend finde. Jetzt bei der Moderation, da sind jeweils so die heiklen Fragen ans Publikum zu stellen. Da hätte ich jetzt in dem Zusammenhang natürlich gerne die Frage gestellt, wer wurde schon diskriminiert heute? Das mache ich jetzt auch nicht, um die Leute da nicht zu outen. Denn immerhin, ich weiss, hier ist es ja so, da gibt es ein Awareness-Team, da könnte man sich vertrauensvoll ans Awareness-Team des DIGIGAS-Winterkongresses wenden. Aber vielleicht wurdet ihr ja auch heute schon diskriminiert und ihr wusstet das gar nicht, ihr kriegt das gar nicht mit, weil da irgendwo im Stillen Algorithmen am Werk dran sind, die Daten haben, von denen ihr auch nicht wisst, dass die überhaupt irgendwo so gelagert sind. Und da ist es natürlich die Gefahr ziemlich gross, dass es dann zu Diskriminierungen kommen könnte. Und deshalb freue ich mich sehr, dass uns Estelle Barnatier von Algorithm Watch gleich etwas zu diesem Thema berichten wird. Sie ist Policy & Advocacy Manager bei Algorithm Watch und also eine Expertin auf dem Thema. Begrüsst Sie bitte mit einem herzlichen Applaus. Ja, es freut mich sehr, dass ihr es nach dem Mittagessen hier geschafft habt. Und auch wenn die Konkurrenz sehr gross ist, mit dem Vortrag auch von Adrian Fischter gerade. Wir haben schon viel von Bias und Stereotypen, glaube ich, gehört in dem Winterkongress. Und es freut mich, dass ich jetzt das Ganze von einer bisschen anderen Perspektiven noch ein bisschen Licht darüber bringen kann, aus eigentlich einem Menschenrechte Perspektiven und aus der Perspektive Diskriminierungsschutz. Kurz zu wer ich bin oder wer wir sind. Also ich arbeite für Algorithm Watch. Wir sind eine zivilgesellschaftliche Advocacy-Organisation. Uns gibt es in Deutschland seit 2015 und in der Schweiz seit etwa 2020. Und unser Fokus liegt auf die Auswirkungen von Algorithmen und KI auf Mensch und Gesellschaft. Also unser Ziel ist ganz klar, dass die algorithmischen Systeme eigentlich Mensch und Gesellschaft zugutkommen und ihnen nicht schaden. Und das bedeutet auch, dass sie eigentlich Grundrechte, Demokratie und Nachhaltigkeit stärken müssen und nicht sie schwächen. Und wie arbeiten wir? Wir machen Evidenz-Based Advocacy. Wir machen zuerst so Investigation. Das kann Forschung sein, Journalismus, aber auch so mehr Tech-Investigationen, um wirklich die Fakten zu schaffen. Und aus diesen Fakten erarbeiten wir dann Positionen, wie diese auch heute zur Diskriminierung, die wir dann in unserer Advocacy- und Campaigning-Arbeit dann vertreten. Zum Agenda von heute. Zuerst möchte ich mit euch ein bisschen schauen, was ist eigentlich algorithmischer Diskriminierung? Um was geht es? Was ist das Phänomen? Und dann, was sind eigentlich die konkreten Herausforderungen in der Schweiz? Was sind eigentlich die Diskriminierungen, die es jetzt im heutigen schweizerischen Diskriminierungsschutz gibt? Und dass wir dann auch gemeinsam schauen, was wäre gut oder wie könnte man diesen Diskriminierungsschutz so verstärken, dass er auch besser gegen algorithmische Diskriminierung schützen kann? Also wovon sprechen wir? Wir sprechen wirklich von den Auswirkungen von algorithmischen Systemen auf Mensch und Gesellschaft. Für uns ist es wirklich auch wichtig, dass man nicht nur eine rein technische Definition hat, zum Beispiel mit dem Begriff künstlicher Intelligenz, sondern dass man mehr die Auswirkungen anschaut und dass der Fokus auf die Systeme eigentlich liegt, die Entscheidungen entweder verhochsamen, prognostizieren, die Entscheidungen empfehlen oder die auch Entscheidungen beeinflussen. Weil eigentlich das ist der Ort, wo es einen starken Einfluss auf die Grundrechte haben kann. Also es geht nicht um alle Systeme. Zum Beispiel ihren Spam-Filter interessiert mich eigentlich nicht sehr. Oder das Gleiche mit Wetterprognose. Für mich ist viel, ich glaube, wo es am spannendsten ist, aber wo es auch die größten Risiken gibt, ist wirklich dort, wo die Systeme Entscheidungen treffen auf Menschen oder in irgendeiner Art eigentlich in dieser Entscheidungsfindung Teil sind. Und diese Systeme können Auswirkungen auf die Voraussetzungen von der Demokratie haben. Das kann einerseits die Grundrechte sein. Das ist gerade, was wir auch heute sehen werden mit der Nichtdiskriminierung. Aber das kann auch auf die öffentliche Meinungsbildung einen Einfluss haben. Und auf der Justiz macht Gleichgewicht. Also wenn man diese Menschenrechtsperspektive dann nimmt, dann sieht man dann, wie viele unterschiedliche Auswirkungen das Ganze haben kann. Aber jetzt kommen wir ein bisschen konkreter. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Es ist ziemlich ein berühmtes Beispiel, das Kindergeldskandal in den Niederländern. Das wurde im Jahr 2019 bekannt. Die Steuerbehörden in den Niederländern haben so einen selbstlernenden Algorithmus benutzt, um Risikoprofile zu erstellen, um so Betrugsrisiko zu erkennen von Kindergeld, von Eltern, die Kindergeld bekommen hatten. Und in Folge von dem wurden eigentlich etwa 20.000 Eltern falscherweise das Geld zurückzahlen. Und eigentlich mussten sie das nicht machen. Es war wirklich ein falscher Entscheid. Und das hatte auch sehr schwierige Folgen für diese Eltern. Und der Datenschutzbehörde kam zum Schluss, dass es eigentlich Diskriminierung war, also dass die Verarbeitung von den Daten eigentlich diskriminierend war. Unter anderem, weil ein von den Faktoren, warum Eltern dann als hohes Betrugsrisiko kategorisiert wurden, war die Doppelstaatsbürgerschaft. Ein anderes Beispiel ist das vom Arbeitsmarktservice in Österreich. Da wurde auch ein Algorithmussystem eingesetzt. Aber dieses Mal war es mehr, um Prognose zu machen, um zu wissen, wie viel Chance hat eine arbeitslose Person, wieder Arbeit zu finden auf dem Markt. Und das System hat eigentlich die Personen dann in drei unterschiedlichen Kategorien geteilt. Und je nach Kategorien haben die Leute mehr oder weniger Unterstützung bekommen vom Arbeitsmarktservice. Und was eigentlich im Modell war, es war, dass die Frauen eigentlich mehr, also wurden mehr Punkte abgezogen. Einerseits, weil sie Frauen waren. Dann hatten sie schon weniger Chancen, Arbeit zu finden. Und entsprechend ein höherer Risiko. Aber auch, wenn sie Kinderbetreuung hatten, dann hatten sie noch einen tieferen Score. Und das Gleiche war nicht für die Männer. Also da gibt es ganz klar eine Geschlechtsdiskriminierung. Das gab dann eine große Debatte in Österreich und wurde dann schließlich nicht mehr eingesetzt. Also wir sehen, algorithmische Systeme sind weder neutral und objektiv. Ich glaube, das haben wir schon in anderen Vorträge auch schon hier gehört. Sie verbreiten sich rasant und können wirklich auch strukturelle Diskriminierungsmuster widerspiegeln oder neue Diskriminierung auch verursachen. Und woran liegt es eigentlich? Was sind diese Ursachen von algorithmischer Diskriminierung? Das möchte ich gerne noch mit euch anschauen. Weil was wir hören häufig, ist das mit den Daten. Das wissen wir alle. Es gibt manchmal Probleme mit den Daten, weil die Qualität nicht genug gut ist. Menschen treffen Entscheidungen über diese Daten. Vielleicht sind sie nicht genug repräsentativ, nicht genug divers. Oder sie sind auch nicht mehr aktuell. Aber neben den Daten gibt es auch noch andere Ursachen. Eine mögliche Ursache ist auch das Ziel vom System. Also Menschen entscheiden auch, wenn oder wofür eigentlich Systeme eingesetzt werden. Was ist eigentlich das Problem, wofür das System eigentlich die Lösung ist? Und es kann zum Beispiel sein, Effizienzsteigerung oder Kosteneinsparung. Aber vielleicht wird diese Kosteneinsparung auch auf Kosten von anderen wichtigen Sachen gemacht. Oder man könnte aber auch sagen, das Ziel vom System ist, der Einfluss von Voreingenommenheiten zu vertiefen, also dass es weniger gibt. Also man sieht da beim Ziel selbst, gibt es viel Spielraum und man kann auch es sozusagen für etwas Gutes einsetzen. Aber man muss auch das wirklich bei der Zieldefinierung gut anschauen. Was sind eigentlich, was gibt es da im Raum? Eine andere Ursache ist das Modell. Also mit dem Modell versucht man immer so eine ziemlich komplexe Realität in ein mathematisches Problem zu übersetzen. Und das ist auch klar, dass man da etwas an Komplexität auch verliert. Das ist nicht eins zu eins übertragbar. Zum Beispiel, wenn man Bewerberinnen auswählen kann und man denkt, oh, man könnte da automatisch die Lebensläufe analysieren, dann muss man zuerst entscheiden, was bedeutet eigentlich geeignete Bewerberinnen? Was ist dieses geeignet? Und für den muss man dann Parameter festlegen. Und das könnte sein, die Berufserfahrung oder der Höhenabschluss oder solche Parameter. Aber in allen diesen Parametern gibt es auch bestimmte Annahmen hinter diesen Parametern und hinter diesen Entscheidungen, die dann getreffen werden. Und schlussendlich kann die Ursache auch die Anwendung selbst sein. Also wann wird es eingesetzt, wofür etc. Und man sieht auch, dass Menschen eigentlich die Systeme tendieren zu überschätzen. Habt ihr vielleicht auch schon von diesem Automation Bias gehört. Wenn eine Maschine, ein System uns eine Empfehlung macht, haben wir die Tendenz, das ein bisschen überzuschätzen und das nicht mehr wirklich zu kritisieren. Oder man hat auch nicht immer diese guten Rahmenbedingungen, um wirklich Entscheidungen entscheiden zu können, etwas nicht einverstanden zu sein mit dem System. Und das ist da sehr wichtig. Welche sind diese Rahmenbedingungen beim Einsatz von den Systemen? Wie kann man gewährleisten, dass die Leute genug Zeit haben, dass sie nicht etwas Negatives bekommen, wenn sie dann nicht einverstanden sind mit der Empfehlung vom System? Weil sonst ein System, das eigentlich dafür eine Empfehlung ist, wird zuletzt zu einem Entscheidungssystem und nicht nur einem Empfehlungssystem. Und die Relevanz, also ich glaube, wie gesagt, die verbreiten sich rasant, diese Systeme und man kann diskriminierende Auswirkungen in unterschiedlichen Bereichen aussehen, sei es beim Zugang zu Sozialleistungen, bei so Betrugs, also zum Beispiel Betrugsrisiko, wie vorher erwähnt, aber auch Zugang zu Bildung oder zu Medizin im Arbeitsbereich. Also ich glaube, das ist auch diese ganze Vielfalt von Anwendungsbereichen, das man auch gut anschauen muss und dass es wirklich überall ist. Und was ist ein bisschen, es gibt auch einige besondere Eigenschaften von der algorithmischen Diskriminierung, sie sind nicht ganz das Gleiche oder es gibt so ein paar Sachen, die nicht ganz gleich sind, wenn sie von einer Maschine diskriminiert sind oder wenn ihr das von einem Mensch seid. Also zuerst ist es, dass es sehr schwer erkennbar ist. Also sie verbreiten sich rasant, aber man weiß oft nicht, wo sie eingesetzt werden, das System, aber es ist auch sehr schwer, diese Diskriminierung zu beweisen, zu können, weil man musste auch wirklich das technische System kennen und es aufzeigen können, warum, auf welchem Grund wurde ich dann diskriminiert. Es gibt aber auch die Problematik von dieser systematischen Diskriminierung, die Diskriminierung ist wirklich im System verankert und kann zu einem Skalierungseffekt folgen, also dass es dann plötzlich nicht nur mehr zehn Personen, die von einem Entscheid, von einer Person betroffen werden, sondern es werden hunderte oder tausende Personen dann von diesem diskriminierenden Entscheid getroffen. Rückkopflungsschleifen, indem die selbstlernenden Algorithmen dann immer so verstärkt werden mit der Zeit, also mit gewissen Annahmen, zum Beispiel wenn ein Algorithmus trainiert wird mit den Daten von einer Firma, wo die Frauen weniger so Leitungspositionen haben, mit der Zeit wird das immer noch verstärkt werden, wenn man dagegen nichts macht. Das Gleiche gilt auch mit so Kombinationen von unterschiedlichen geschützten Variablen oder mit Proxivariablen, wo man dann plötzlich nicht nur, nicht direkt vom Grund, ich bin eine Frau, diskriminiert wird, aber sondern wegen Betreuungspflichten oder ein anderes Beispiel wäre die Postleitzahl, die eigentlich auch sehr viel über unserem sozioökonomischen Statut eigentlich sagt. Aber man sieht auch, dass es jetzt auch neue Merkmale, die mit diskriminierenden Folgen gibt. Zum Beispiel ein System könnte uns nur wegen unserer, aufgrund von unseren Augenbewegungen schon Diskriminierung oder mindestens in Gruppen tun und damit mögliche auch diskriminierende Auswirkungen. Das ist für die Problematik. Und was sind jetzt die Herausforderungen in der Schweiz? Was ist eigentlich der Diskriminierungsverbot in der Schweiz? Also in der Schweiz wird die Diskriminierung so definiert als eine Ungleichbehandlung von Personen aufgrund eines geschützten Merkmals ohne Rechtfertigung durch einen sachlichen Grund. Das ist die Definition auch aus der Bundesverfassung. Und da seht ihr auch eine ganze Liste von biologischen Merkmalen, aber auch kulturelle oder anderwärtige Merkmale, die da in dieser Diskriminierungsdefinition fällen. Was wir aber sehen, ist so drei zentralen Lücken im Diskriminierungsschutz in der Schweiz. Das erste und vielleicht auch das Größte ist, dass Diskriminierungsverbot momentan grundsätzlich nur staatliche Akteure betrifft. Es gibt einige Ausnahmen im zum Beispiel Gleichstellungsgesetz oder Behindertengleichstellungsgesetz, wo es auch für Privaten gilt, aber grundsätzlich ist es nur für staatliche Akteure. Und ich glaube, wir wissen alle, dass eigentlich algorithmische Systeme auch sehr stark von Privaten entwickelt und auch eingesetzt werden. Und dann diese besonderen Eigenschaften der algorithmischen Diskriminierung, worüber ich gerade gesprochen habe, die sind auch schlecht abgedeckt vom Diskriminierungsschutz. Und gerade bei der Durchsetzung hat man viele Probleme, weil man sieht zum Beispiel, dass man diese klare Identifizierung von einer Person, die diskriminiert ist, braucht, was eigentlich sehr schwierig ist zu finden. Genau, und jetzt, was können wir eigentlich tun? In unserem Positionspapier haben wir so einige Vorschläge gemacht, wie könnten wir eigentlich dieser Schutz von algorithmischer Diskriminierung stärken? Es geht einerseits, um es auszuweiten, damit das auch diese Proxy-Variablen und diese neuen Merkmale aufdecken kann, also dass man eine gewisse Ausweitung gibt. Aber sehr wichtig und sehr zentral ist auch dieses allgemeine Diskriminierungsverbot für Private. Wir brauchen das wirklich, dass es auch die privaten Anbieter und die privaten, die das einsetzen, auch betrifft. Und es braucht neue Möglichkeiten, um die Beweihlast auf Seiten der Betroffenen zu reduzieren. Das kann zum Beispiel durch so Sorghaftpflicht, so eine Art von Due Diligence für die Organisationen oder die Gruppen, die die Systeme einsetzen oder entwickeln sein. Also, dass man nicht mehr nur beweisen muss, dass man diskriminiert ist, aber dass der Unternehmen zum Beispiel beweisen muss, dass er alles gemacht hat, was er könnte, um Diskriminierung zu vermeiden. Bei der Durchsetzung geht es auch um einen besseren Zugang zu kollektives Rechtsmittel und dass man so Verbandsklagerecht hat, dass man wirklich nicht nur alleine vor dieser Diskriminierung ist, sondern dass man wirklich auch die Möglichkeit, gemeinsam was dagegen zu tun. Und ein zentraler Punkt ist auch diese Folgenabschätzungen und Audits. Also, dass man nicht nur am Ende kommt und schaut, oh, da ist etwas schlecht passiert, da muss man handeln oder da gibt es jemanden, der bestraft werden muss, sondern dass man vom Anfang an wirklich, wenn ein System eingesetzt wird, dass man schaut, was sind die möglichen Auswirkungen vom System auf die Grundrechte, was können wir machen, um den Risiken zu begegnen und dass es wirklich das Laufen im System gemacht wird. Und was läuft ein bisschen so politisch? Vielleicht habt ihr es gesehen, in der Wintersession gab es eine Interpellation von Minli Martin zur algorithmischen Diskriminierung mit dieser Frage, ist der Diskriminierungsschutz ausreichend? Und der Bundesrat hat dazu geantwortet, dass er im Rahmen von seiner Auslegeordnung zum Handlungsbedarf für die KI-Regulierung eigentlich auch die Frage der algorithmischen Diskriminierung berücksichtigt wird. und das ist diese Analyse, die bis Ende vom Jahr gemacht wird. Und da wird anscheinend auch algorithmische Diskriminierung als ein Thema angegangen, aber wir wissen ja noch nicht, was wirklich da reinkommt oder wie das wirklich angegangen wird. Und deswegen, glaube ich, gibt es auch noch sehr viel Arbeit auch für die Politik, dass man wirklich dieses Thema zurechtbringt und wirklich vorwärtsbringt, damit wir wirklich dann geschützt werden können gegen algorithmische Diskriminierung. Und ich sehe, ich war ein bisschen schnell oder habe sehr schnell gesprochen, aber ich wäre somit durch und freue mich auf eure Frage. Ja, das freut uns natürlich, wenn wir Zeit für Fragen jetzt noch ein bisschen mehr haben. Ja, ich sehe da schon Hände hochgehen. Ihr dürft gerne rüber ans Mikrofon stehen, damit dann auch draussen im Stream klar wird, damit die Leute draussen im Stream nicht diskriminiert werden. Ihr erlaubt mir dieses kleine Wortspiel und auch die Fragen hören. Jetzt sehe ich die erste Person am Mikrofon. Dankeschön. Sehr spannend. Wir haben vorher präsentiert unseren Bias-Tester, wo es speziell um generative Modelle geht und das Absuchen dieser Modelle auf eben auch diskriminierende Inhalte oder Tendenzen in den Modellen. Wir werden das auch hoffentlich an der Republika präsentieren und da mit einem eher provokativen Ansatz, nämlich dass das Motto der Republika ist Who Cares? Und wir nehmen das zum Anlass auch zu fragen, Who Cares, wenn es um generative KI geht? Und das wäre die Frage an dich. Siehst du da auch einen Unterschied? Weil die Frage, ob die Biasis in den generativen Modellen wirklich harmful sind, finde ich wahnsinnig spannend. Und wir trauen uns zu sagen, dass vielleicht diese Biasis auch nicht zu kaschieren wären, sondern eher, wie sie überhören sollten, weil wir dadurch nicht das lernen können. Aber siehst du Potenzial der Diskriminierung jetzt in den aktuellen Sprachmodellen und Bild genannt worden? Ja, also ich glaube, da ein wichtiger Punkt ist auch, was du gesagt hast, es gibt auch den Potenzial eigentlich, Diskriminierung-Muster aufzuzeigen durch die Algorithmen, dass man eigentlich auch besser sieht, wo sind eigentlich die Biasis und dass man das wirklich auch als Gesellschaft wirklich begegnen kann. Wenn es dann zu generative KI gibt, ich glaube, da liegt schon sehr viel bei der Daten. Aber ich glaube, es ist auch diese gewisse Blackbox für den Rest, also wo wir nicht wirklich diese Auswirkungen gut einschätzen können und weiterprüfen können, würde ich sagen. Vielen Dank. Gerne die nächste Frage. Vielen Dank. Und für die Diskriminierung im Winter Kongress, ich frage die Frage in französisch. Vielen Dank. Vielen Dank. A la fin de cette présentation, tu as montré l'interprétation politique et puis la réponse du Conseil fédéral. Puis ma question, c'est chez Algorithmic Watch, quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que le but, c'est d'influencer ce rapport, de faire du plaidoyer aussi au niveau politique pour un renforcement du droit à travers peut-être une nouvelle loi ou bien peut-être de la recherche aussi pour montrer la réalité de ce phénomène? Vielen Dank pour die Frage. Je voudrais aussi französisch antworten, mais je laisse ça pour plus de comprendre. Oui, c'est clair, c'est pour nous un très important dans notre portfolio. Nous voyons une dimension transversale dans notre travail et nous allons continuer. Nous sommes en train de faire plus de facteurs avec une analyse de droit. pour préparer, c'est, plus de fortes une autre mais également pour nous parce que nous la période, plus d'influencer de la possibilité au sujet et donc pour mettre des tracmemtes sur la capacité de l'adamnation et je prends et je dois aussi dire, la capacité de l'adamnation est vraiment unführne un point de l'adamnation sur lave. Ce que se passe dans le décembre est, c'est que le ministrique de l'adamnation un peu de la question , hat oder Ideen, wie man das regulieren könnte, bis man dann wirklich zu einem Gesetz kommt, das wird noch mindestens so vier Jahre dauern. Also dann gibt es noch diese ganze Zeit, um das noch beeinflussen zu können. Und gleichzeitig, glaube ich, muss man nicht sich zu stark nur von dieser Regulierung oder diesem politischen Prozess eröffnen, sondern vielmehr auch wirklich im Diskriminierungsschutz selbst schauen können, welche Gesetze können wir dann anpassen, um das auch zu berücksichtigen. Und da sind die Möglichkeiten, eigentlich gibt es viele. Man macht so ein allgemeines Diskriminierungsschutzgesetz, wie zum Beispiel Deutschland es kennt, politisch aber sehr schwierig, so etwas durchzubringen. Es gibt auch noch gewisse Anpassungen von Persönlichkeitsschutz oder Datenschutz. Also es gibt sehr unterschiedliche Wege, wo man das berücksichtigen kann. Danke. Vielen Dank für diese Frage, und wir haben die nächste. Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung und zwar eben, wie viel Geduld müssen wir da aufwenden, weil eingesetzt zu haben, da haben Sie gesagt, vielleicht vier Jahre, das ist das eine. Dann wissen wir aber auch von einem aktuellen Fall, dass die Polizei erst nach zehn Jahren des Racial Profilings jetzt endlich mal, Gott sei Dank, schuldig gesprochen wurde in Straßburg. Das geht dann auch für etwa zehn Jahre, bis so ein Prozess durchgeht. Kann man da Ihnen etwas abkürzen? Ja, oder haben Sie auch schon Strategien, wenn das Gesetz dann in Kraft ist, dass man das Ganze ein bisschen beschleunigen kann, weil eben die Realität ist, wir werden von Algorithmen bereits diskriminiert. Ja, ich glaube, dann ist es auch spannend, eher so einen sektoriellen Ansatz zu haben und eigentlich zu schauen, wo sind alle Punkte, wo man eigentlich die Situation verbessern kann und nicht nur, wir brauchen so ein KI-Gesetz, das alles regeln wird, sondern zum Beispiel, was wir auch machen, ist gerade bei der öffentlichen Verwaltung, da sehen wir noch ganz große Diskriminierung, Risiken oder vielleicht generell noch mehr Grundrechte, Risiken, wenn Algorithmen Entscheidungen treffen oder in der Entscheidungsfindung beteiligt sind, weil sie können nicht einfach nicht mehr bei der Verwaltung sein oder so, also muss man einfach durchgehen und dass man da wirklich noch diese Folgenabschätzung zum Beispiel einbringt und das braucht also braucht auch eine gewisse gesetzliche Grundlage, um das auch verpflichtend zu machen, dass die Behörden das machen müssen, aber vielleicht Änderungen im Gesetz, die auch viel schneller gehen können als ganz ein neues Gesetz zum Beispiel. Vielen Dank. Ja, ich sehe, da kommt noch eine Frage, wir haben auch noch Zeit für eine, ja, für eine Frage sollte es noch reichen. Vielleicht ergänzend zu dem, was mein Vorredner gesagt hat, dass ich bin selber im Datenschutz tätig, bin zwar kein Jurist, aber jetzt würde ich sagen, dass ich ein gutes Verständnis habe, unternehmerisch gesehen, das ist angesprochen, also es ist ja so im neuen oder revidierten Datenschutzgesetz der Schweiz, werden ja alle Systeme, die eine KI integriert haben, du hast es gesagt, da wird eine Datenschutzfolge und abschätzung verlangt, das ist zumindest mal eine Risiko, eine Risikoabschätzung eben für die betroffenen Personen, für die Daten, die da dann bearbeitet werden und vielleicht einfach der Ergänzung haben, ich habe extra noch was im Gesetz jetzt nachgelesen, also wir haben ja mit dem Artikel 21, haben wir ja so eine Art KI-Gesetz, so ein KI-Leitgesetz, also das heisst, dass ich eigentlich als Organisation oder als Unternehmen muss ich zumindest offenlegen, wenn ich jetzt eine KI in irgendeiner Form einsetze, ist natürlich immer die Frage, wird das gemacht oder nicht? Erst September letztes Jahr, ist relativ kurze Zeit, wie sind da deine Erfahrungen? Hast du das Gefühl, dass sich da die Unternehmen oder auch Start-ups, dass man sich daran hält? Ehrlich gesagt kann ich schwer absetzen, wie das Gesetz wirklich angewendet wird und ob es wirklich so passt, was ich zum Datenschutz sonst sagen kann, ist sehr gut zum Beispiel, dass es etwas gibt für vollautomatisierte Entscheidungen, aber dass man da eigentlich auch gewisse Rahmenbedingungen schafft, aber das ist wieder nur für vollautomatisierte Systeme und nicht für nur Empfehlungen, Systeme und so und da schränkt man schon ein bisschen wirklich etwas und das Zweite und das Wichtigste hier ist, dass der Datenschutz nicht wirklich da ist, um etwas gegen Diskriminierung zu machen oder nicht in dieser Art, also es ist nicht wirklich ein Mittel vom Diskriminierungsschutz, im Datenschutz, wie es heute ist. Man könnte es auch noch weiter denken oder anders machen, aber dass momentan gibt es da keine Provision, also keine... Ja, das ist natürlich immer so, ich meine, es stehen nicht alle Punkte im Datenschutzgesetz stehen unter Strafe, da müssen wir uns, jetzt muss man ehrlich sein, müssen wir noch Erfahrungen sammeln, aber es ist klar, oder wenn natürlich, wenn du bei einer Bewerbung zum Beispiel, bei diesen Bewerbungstools, die ja schon längere Zeit im Einsatz sind, wenn ich jetzt da reinschreibe, okay, ich bin von, keine Ahnung, von, ich komme aus Marocke oder irgendetwas und dass mich dann die Maschine quasi rausschmeisst, ah, jetzt theoretisch könnte ich verlangen, dass das von einem Menschen beprüft wird, zumindest gemäß Schweizer Gesetz, aber ob das dann gemacht wird, da gebe ich dir abzu und recht, das kann man eigentlich, hat man keine Chance, um das, ja, das nachzuprüfen. Und das ist sicher auch das, was jetzt interessant ist, wir stehen jetzt an diesem Punkt, wo ganz vieles noch offen ist, ich freue mich, wenn du vielleicht in ein, zwei, fünf Jahren wieder erzählst und hoffentlich dann auch erzählst, dass wir gerade im Thema Diskriminierung Fortschritte gemacht haben, also nicht mehr diskriminieren, sondern eben weniger, in diesem Sinne noch einmal ganz herzlichen Dank, hast du uns vom Stand der Dinge heute erzählt, Estelle. Danke.